Vielleicht sind wir uns schon einmal begegnet. Im Landi-Laden trifft man mich zwar nicht an. Aber wenn ich Füsse hätte, wäre ich regelmässig in einem der vier Läden der Landi Zola anzutreffen. Zum Beispiel bei einem Besuch meiner Verwandten, den frischen Apfel der Zürich Oberlandbauern. Oder einem entfernten Bekannten, dem Apfelpflücker. Oh, schau hier, die legendären Landirasenmäier. Ja, und all diese tollen Pflanzenangebote. Das bringt Stimmung in dein Zuhause. Und hier noch die vielen Mehl-Sorten. Damit kommen wir meiner Persönlichkeit schon etwas näher. Wahrscheinlich weisst du es schon. Bei mir dreht sich alles ums Essen. Und wenn du ins kurze, aber äusserst verlockendes Leben kommen willst, dann nichts wie ab zur Kasse. Und gerade um eine Ecke, im Agrola-Topshop, kannst du bei einer Kaffeepause Bekanntschaft mit mir machen. Ich bin der original Landi Zola Apfelstrudel. Wie bitte? Einen Apfelstrudel hast du dir anders vorgestellt. Mit Verlaub, ich komme vielleicht nicht so dekadent wie meine österreichischen Kollegen daher, aber schmecken tue ich genauso gut. Und praktischer bin ich sowieso. Mich kannst überall mitnehmen. Egal wohin, ich bin dabei. Jaja, das Landi Zola und ich, das ist eine besondere Beziehung. Wir haben viel gemeinsam. Aus einem Apfelbäumchen der Landi entstehen im Zürcher Oberland kräftige Gestalten. An diesen hängen im Herbst die köstlichen Apfel, die meinen unverwechselbaren Geschmack ausmachen. Diese werden vom Obstbauer direkt in die Bäckerei der Landi Zola geliefert. Der Weizen fürs Mehl wiederum kommt in die Landisammelstelle in Ilnau. Und während mich die Mitarbeiter der Landi Zola in der 2.9. Pause geniessen, wird wenige Kilometer entfernt bei der Swissmüll der Weizen zu Bachmehl verarbeitet. Übrigens, den Leuten der Landi Zola ist es ein Anliegen, dass ihre Mitglieder, das sind die grössten Teils Bauern, mit allem versorgt werden, was es braucht, um gutes Essen zu produzieren. So gelangt ein beachtlicher Teil der vermarkteten Landesprodukte als Zutaten in die gute Landi Zola-Bachstube in Mönchaldorf. Und hier entstehe ich. Zum Schluss lande ich im Regal von vielen Folgläden in der Region oder eben auf dem Teller unserer Topshop-Tankstellenbesucher. Und wenn wir schon da sind, die Landi-Marke Agrola bietet alles rund um dein Auto. Das Landi Zola hat sogar eine eigene Autowaschanlage. Vor allem aber Treibstoff für den Arbeitsalltag oder der grosse Fahrspass. Und nicht zu vergessen, unsere Landi-Chauffeure bringen mit dem Agrola Heizöl-Service Wärme in dein Zuhause. Aber auch wenn es um die Installation einer Photovoltaikanlage geht, bist du bei der Landi an der richtigen Adresse. So bin ich im ganzen Zürcher Oberland dein vielseitige und nützliche Begleiter im Alltag. Genauso wie deine Landi Zola. Genauso wie deine Landi-Marke Agrola Ich glänze mein Herz und zäuse. Genauso wie deine Landi-Marke Agrola